Herzlich Willkommen zu der Folge 9 Fallout 4 Ja Wir haben ja in der letzten Folge hier Kellogg angefangen zu suchen mit Meat Dog Dog Meat Haben wir jetzt ein paar Ghule gekillt Ey mit dem Kampfgewehr ist es total easy ne Also mega Die Waffe feiere ich halt auch echt mega hart Die ist einfach geil Schön ist damit tust du halt wirklich Fast die Ghule One Hitten Das sind die echten immer so schwer Also ich hab die echt Ich hab die echt schwerer in Erinnerung ne Weil die halt auch so viele und so schnell waren Aber hier jetzt draußen hoch Find ich gehen sie voll So Dog Meat wir kommen Wir kommen Dog Meat wir sind da Was haben wir denn hier Fehler System fehlerhaft Ich spüre meine Beine nicht mehr Dahinter steckt sicher Kellogg Miners Das ist mein Hund Das ist mein Hund Oh ich trag schon wieder zu viel Oh ich trag schon wieder zu viel Ja die Kampf Die Kampfflinde kommen die schmeißen wir raus Befehl der Super Mutanten Befehl der Super Mutanten Befehl der Super Mutanten Das ist mal interessant Diverses Töter Plündern Ok das wars zurück Ah ja Oh Oh Bekannter Seidner Anwendung extra Bekannter Seidner Anwendung extra Was haben wir denn hier Fehler System fehlerhaft Ich spüre meine Beine nicht mehr Sag mir einfach wohin Kellogg gegangen ist Blechbüchse Identität des Angreifers Kellogg Wir sind noch auf der richtigen Fährte Hoffentlich ist es nicht mehr weit Ok Ja wir haben echt auch keinen Platz mehr ne Springmessergewicht 1 Ja das ist alles ok Schwott Weg mit Ah Bürste auch Das ist Tisch Ventilator Weg So es wäre auch nicht verkehrt wenn wir hier wieder irgendwas finden ne Kleine Schlafplätzchen wäre schon gut Wo sind wir Wir sind doch wieder da hinten bei uns oder Ja wir kommen doch hier hinten wieder hin ne Ja Aber überleg mal wir waren hier Diamond City ist hier Wir sind einfach mal hier alles lang gelaufen Krass Wo sind wir hier Wo sind wir hier Was meinst du Junge War das unser Mann Hey Okay Was So So ich verdiene nämlich mal bisschen Ganz ehrlich kommen da soll mal die Soll mal den ganzen Kram hier kriegen Und dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz Und dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz Soll ich tun Soll ich tun Na nimm das mal alles Na nimm das mal alles Und dann gehen wir mal Untertitelung des ZDF, 2020 Außen ist was Suck, pfff Ja, ich such gerade, hey, wo ist diese Blähfliege kaputt gegangen? Die ist doch hier kaputt gegangen. Die ist ein Hirsch, genau. Zack, die killen sie alle mittlerweile. Wir killen sie alle. War da auch so eine Fliege? Tatsächlich. Zack. Dicke Mann, dicke. Wir killen sie alle. Was soll ich dazu noch sagen, das Loch? Die Kassel ist ja leer von diesen Dingen. Schuss muss sitzen. Verdammt. Wo sind sie? Hab sie gefunden. Bryson, wo kotzt sie rum, alter? Hör, Preston, was machst du denn für'n Scheiß, ne? Ist sie jetzt weg. Hast du dich jetzt wahrhaftig darum gekümmert? Wenn ja, bin ich sehr stolz auf dich. Wir speichern jetzt hier erstmal. Sehr gut. Puh. Das läuft wirklich. Ich kann es immer nur sagen. Hervorragend, ne? So, direkt speichern jetzt. Gucken wir uns da unten noch ein bisschen rum. Äh, was hier so alles gibt. Ich auch nicht, aber wir haben wahrscheinlich aber keine andere Wahl. Zu gut geschützt. Ne Knochenfräse. So, ich kann immer sagen, das läuft hier so gut. So, direkt nochmal speichern. Das Schloss krieg ich nicht auf. Oh. Oh, Mist. Boah, die hat uns voll in Kraft den Kopf abgehackt. Boah. Come on, Alter. Woher soll ich denn wissen, dass er so ein harder Gegner drin ist? Come on. Also, ich bitte euch. Also, ich bitte euch. Nehmen wir das. Dann können wir uns nen Chat mal reinfalten, hätte ich gesagt. Gegen die. Äh, was wollten wir noch? Ah ja, genau. Wollen wir noch ein Level an. Äh, warte, müssen wir das sein, wenn wir immer im 6. sind. Sie bestimmt die Waffenprezision. Ne, Wards. Oder hält sie so. Das ist natürlich auch ein guter Leben. Aber wir haben ja gesagt, müssen wir weiter auf Charisma gehen? Eigentlich schon, ne? Ja. Ganz ehrlich, komm. Wir. Gönnen uns hier mal. Da haben wir ein bisschen mehr Trefferpunkte. So. Arschlecken. Dann. Sind wir ja nochmal ein bisschen stärker. Und dann hätte ich gesagt, hier. Hier. Oh. 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 Och. Und hier haben wir natürlich wieder so einen super Gegner. Nice Dann hoffe ich auch, dass sich das rentiert hat Eigentlich rentiert sich aber sowas immer Ich sag eigentlich, ich hab nicht gesagt immer Na, was haben wir denn hier? Medics Wäre jetzt noch so eine schöne Also ich würde sagen, ja, guck Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern Guckt euch das an, guckt euch das an, ich sag's doch Es rentiert sich einfach Oh, mega Es hat sich doch einfach rentiert Komm, also Fünf, wie viele Flugpakete haben wir jetzt eigentlich? Oh, 23 Stück Ich geh kaputt Ho, 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 ho Einiges könnte durchaus noch in Ordnung sein Nektorgewehr Okay Können wir ja mal testen dann Äh Unbegrenztes Magazinkover zieht Wo ist Wo ist Okay, ich will diese Flasche Flasche, sag ich schon Ich möchte Ich möchte einfach diese Waffe nie wieder hergeben Ey, wie geil ist das denn? Wir haben einfach unendlich Schuss Das heißt, wir müssen nie wieder nachladen Das ist einfach Wisst ihr Wisst ihr, wie geil das ist? Okay Okay, ist sie gut? Ah, ne, nicht so Obwohl, ist sie was wert? Ja, komm Preston Hey Dann haben wir immer noch ein bisschen Dann haben wir immer noch ein bisschen Platz Das dann, na Das, 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 das Sprotpatronen kann er mal alles nehmen Splittermine Superkleber Rockkicksgeld Ich würde noch gerne speichern schnell Einfach nur, dass Dass wir das nicht nochmal Im Preston geben müssen Ey, mega, ne? Ich würde gerne mal gucken Wie weit haben wir es denn? Okay Dann würde ich schnell sagen Gehen wir mal mit Preston zurück Macht das Sinn? Eigentlich schon Ich meine Dann können wir nicht alles verkaufen Komm Preston Rockkicks, bleibt doch da, oder? Ja Ey, ich Ich tue es einfach Wir laufen jetzt die 10 Minuten Und dann müssen wir Preston wieder nach Wie weit ist denn Ewig's Covenant, ne? Das ist Am nächsten ist eigentlich Diamond City, ne? Wenn sonst nichts macht Das ist alles okay Komm Preston nicht mit Scheint aber scheint, als hätten wir sie vertrieben Ach, da ist er doch Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück Das Ich sehe es taktisch besser Und sinnvoller Hier einfach Ich sehe es einfach wie gesagt Taktisch sinnvoller Wenn wir erstmal nach Dingens gehen nochmal zurück Ey, von hier kamen wir doch nicht, oder? Das waren doch diese Scheißviecher, ne? I hate it, ne? Äh, ja, wir müssen hier lang, ne? Oder? Wo kamen wir genau lang? Wir waren Wir waren nicht in dieser Fabrik, ne? Waren wir auch nicht hell Habe ich mich jetzt verlaufen Verlaufen Ich glaube, wir haben uns verlaufen Ich bin mir aber nicht ganz sicher Ah, ne Gut Ich habe nicht genug Nein, du bist Gut Ihr hört uns Scheint Was Ich habe keine Ahnung, wo ein Stockmeet hingebracht hat. Ich weiß nicht, ich will irgendwie safe wieder nach Diamond City. Boah, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade langlaufen, aber hey, egal. Egal, solange wir nach Diamond City kommen, oh scheiße. Deine Dingsbombs meldet sich nicht ohne Grund. Die Strahlung hier ist tot. Ja, ich habe gerade echt keine Ahnung, wo wir langlaufen, aber gut, komm. Sind wir jetzt auf dem richtigen Kurs. Die Strahlung hier ist tot. Die Strahlung hier ist tot. Die Frage ist, wie schnell kommen wir da durch? Vielleicht können wir da so ein... Komm, eins, 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 komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo wir langtragen. Ich bin ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wir kommen irgendwie wieder ans Ziel. Ich habe keine Ahnung, aber wir sind fast wieder am Ziel. Ja, das ist auch so besser. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt sechs, sieben Minuten jetzt gebraucht bisher. Wir sind im Sanctuary, äh, Sanctuary sag ich schon, äh, in Diamond City. Wir sind da. Hey, also, was wollt ihr denn? Wir haben es doch geschafft. Ist mir halt lieber, ne, alles nochmal zu verkaufen. Oder irgendwie einzulagern. Ist mir bedeutend lieber. Halt einfach, ja, ich weiß nicht, das ist halt einfach gemütlicher. Dann können wir nochmal ein bisschen Kohle machen. Ich meine, wir haben ja eh schon ein bisschen gemacht. Wir haben ja wie viel? 1.300. Ein bisschen Kohle gemacht, das passt. Können wir wieder ein bisschen verkaufen. Und wir haben fast unsere 2.000 wieder zusammen. Muss ich meine Aufwehr erarbeitet sein, aber fast unsere 2.000 wieder zusammen. Und ich sehe eh schon kaum irgendwie, dass da Kellogg in einem Bereich ist, wo wir wieder viel kämpfen müssen. Und da können wir echt wieder ein bisschen was einstecken. Klar, ich meine mittlerweile, ich würde sagen, so mit unseren Stimpacks und was wir alles haben, würde ich fast sagen, und Blutpakete. Ey, wir haben 23 Blutpakete. Da würde ich sagen, sind wir eigentlich schon in einer Position, wo ich mich weit aus dem Fenster lehne und sage. Wir sind nicht mehr auf alles angewiesen, würde ich mal so sagen. Ich meine, wir haben uns in Diamond City die Bude gekauft für 2.000, haben 33 Stimpacks. Klar, munitionstechnisch sehen wir noch nicht so prickelnd wieder aus, wenn ich überlege. Wir haben 128 Schuss mit der. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Zeig mal, was du so hast. Dies und das. So. Das machen wir gleich. Antibiotikum brauchen wir nicht. Äh, das können wir verkaufen, das können wir. Das können wir mal. Impulsgranate. Mit sowas kämpfe ich eigentlich nicht, ne? Ach, komm weg. Jetzt werden mich bestimmt einige killen. Boah, jetzt bist du verrückt. Weg. Weg. Dann haben wir es ja eigentlich schon hier, ne? Abbrechen. Annehmen. Hey. Sag mir einfach... Hier haben wir ihm einfach alles gegeben. Wo? Wo? Moana? Jedes Teil ist genau das wert, was ich dafür verlange. Da gibt es keine Diskussionen. Klar, ich schaue es mir an. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Nein, 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 nein. So, weg, äh, weg, Gwyneth Scout. Obwohl die Flasche können wir aber halten, dann können wir uns mal Wasser mitmachen. Knochenfräse. Splittermine, ja, kann weg eigentlich. Springmesser weg, Stahl behalten wir. Ein Superkleber auch mal. Das kann weg, Vorkriegsgeld weg, Fleisch. Was ist das? Das kann weg, Vorkriegsgeld weg. Voll, voll gut, ey, voll gut. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen gehandelt. Aber man merkt ja auch langsam, ich meine, so viel bringt es ja uns mittlerweile nicht mehr. Komm, ich mach die jetzt mal weg. Ja, komm, die Schrotpatronen machen wir auch mal weg, so. So, dann gehen wir nochmal bei Schrott. Äh, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Das ist jetzt so ein bisschen schwer, ne? Weil eigentlich will ich nicht... Ach komm, die lassen wir mal da. Puh, das waren da schon wieder zwei ziemlich krasse Folgen, ne? Puh, also dann mal das. Dann haben wir jetzt die ganze Muni, dann will ich vielleicht noch ein bisschen... will ich noch ganz schnell bei ihr ein bisschen Muni kaufen, so 10 mm, das glaube ich nicht verkehrt. Klar, die findest du eigentlich immer mal, aber... Du schon wieder? Okay, ich hab einiges im Angebot. Klar, ich schau mal, was du hast. Alles, was du brauchst. So, schön, nehmen wir 30 Schuss nochmal mit. Und die 45er, ne? Das ist ja unser Kampfgewehr, ne? Ja. Auch mal 30 Schuss nochmal mit. So, da haben wir wieder 1200, haben wieder gut Munition. Oh, wenn ich überlege, so das erste Mal, wo die Raider angegriffen haben, ne? Oh, die hatten gar keine Ahnung, was wir machen. Mittlerweile... Fetzen wir es voll. Also, ich will auch noch kurz gucken. Äh... Also, ich hab mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, da kann ich das noch kurz die 2-3 Minuten babbeln. Ich wollte es eigentlich sagen, ah, lasst dich überraschen, aber komm. Jetzt... So... Und zwar wollte ich eigentlich die 10 Millimeter hier... Die wollte ich eigentlich noch verbessern, aber jetzt hab ich... nie gedacht, komm, nehmen wir Empathie. Lasst euer Team nicht hängeln! Kauft ein Schlagholz! Könnt man eigentlich hier... einen leichten Verschluss noch dran... und dann ist die Waffe leichter. Einen Kleber brauchen wir, eine Schraube und ein Zahnrad. Kleber, Schraube, Zahnrad. Komm, das kriegen wir noch hin, oder? Kleber, Schraube, Zahnrad. Kleberschraube, Zahnrad. Kleberschraube, Zahnrad. Ja, die müssen wir mitnehmen. Und das auch, ne? Wir brauchen irgendwie noch Schrauben, ne? Äh... Da... So... Gehen wir mal ganz kurz hier rein. Komm, das kriegen wir doch noch eigentlich hin. Kurz... Kleberschraube... ... 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 so warte mal dann gucken wir mal kurz kleber schraube gibt sie noch irgendjemanden der schrott für uns verkauft hier vielleicht irgendwie die mauer sieht echt wieder richtig gut aus hat er wird hat neue farbe gefunden du bist der neue stimmt ja ich freut mich ich bin naturo rodriguez ich schaue mal was du hast vergiss nicht okay okay den kann man ruhens angucken hat valentine vielleicht noch was in seiner bude ich brauche nur schraube und noch ein kleber da komme ich jetzt noch ganz kurz hin wenn es nur 2 3 minuten länger dauert egal ich will vielleicht jetzt wirklich noch schnell die waffe leichter machen nach all den jahren besuch aus der vergangenheit ist vielleicht sollten wir als schlüssel von wadim bovroff abholen er führt das dargott in kochplatte kommen da ist doch irgendwo ich werde es eigentlich im inventar verwerten ist doch gerade herausgefunden wo können wir denn den schrott verwerten da haben wir schrauben zahnrad urtisch ventilatoren bringt zahnrad dann brauchen wir nur noch ok 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 wollen wir nur noch irgendwo ein superkleber können wir aus dem superkleber ein kleber machen ok klappt das jetzt müssen wir erstmal gucken wenn ich das jetzt hier einfach so und den superkleber auch ja geil und dann werkstatt ok dann geht das wo ist der superkleber da sehr schön dann haben wir genau unsere komponenten ja super guckt das hat doch noch mal was gebracht das heißt wir müssen jetzt immer ein bisschen superkleber mitnehmen alles klar dann weiß ich bescheid erstellen so wir brauchen noch schraube und kleber haben wir doch alles oder schraube und kleber wo hat er das hingeläumt wir haben das doch wir haben das jetzt in einer kiste oder wo haben wir das jetzt wir haben es verwertet ne ist es hier vielleicht irgendwo herstellung dann müssen wir das da rein legen hermes jetzt nicht einstecken divers ist damals glaube ich nicht nur schrott so moment wenn wir müssen wir das dann so machen ich habe das echt noch gar nicht rausgefunden müssen wir das hier rein legen ach da müssen wir das da rein legen oder was jetzt haben wir gar kein alumino mehr oder was aber ich habe es doch gerade aber ich habe es doch hier ich habe das doch hier zeig mal was du so hast jetzt würde ich das mal rein rein theoretisch mal so testen aber da kommt auch dann würde ich mal sagen gucken wir mal sonst sprengt das jetzt die zeit ich wollte eigentlich nur fünf minuten noch machen ich wollte jetzt eigentlich das herausfinden wie das funktioniert aber keine ahnung wo das jetzt hin ist da ist es hier drin moment da ist es ja wo ja hey dann machen wir das noch schnell haben wir alles oder dann machen wir es doch noch schnell okay ah das ist in der werkbank dann immer drin ah ok gut gut dass man es weiß haben wir es auch wieder gelernt das machen wir dann mal in irgendeiner folge dann machen wir ein langes special und dann sammeln wir mal ein bisschen ich würde es nur mal hier zack leichter verschluss anfertigen jetzt haben wir die nämlich ein bisschen leichter gemacht das ist ja glaube ich auch ganz cool 27 mega also wie ihr seht bekommt immer weiter voran wir müssen ich will mal gucken jetzt haben wir noch die zeit jetzt komm jetzt will ich noch ganz kurz was gucken hätte ich schon die ganze zeit mal machen können aber ja wie es immer so ist derzeit sind okay wir könnten die also hat ist ja cool jetzt hatte ich gerade gewicht von drei okay okay die ist sieben aber wir könnten die noch rein theoretisch leichter machen was ja auch mega geil wäre ne Glasfaser Gummikleber Kork ultra leicht ne hallo aber du stinkst gar nicht dann biegt ja nichts mehr ne das wäre ja auch mega und dann können wir die erstmal hier so schön edel auf 13 hoch ballern Kleber Stahl dann machen wir das mal irgendwann dann hauen wir unsere abbrechen dann hätte ich gesagt mega dann weiß ich was wir mal demnächst machen da werden wir oder wisst ihr was ganz ehrlich hab ich Bock drauf ne immer mal in der nächsten Folge hab ich irgendwie Bock drauf ach ich gebt Model jetzt alles um komm Arschlecken bevor wir zur Dogmeat nochmal gehen jetzt dahinter hier hinter laufen Folge Dogmeat ganz ehrlich dann hätte ich mal gesagt dann machen wir halt in der nächsten Folge mal so ne Stunde jetzt haben wir auch fast ne Stunde zusammen dann hätte ich gesagt machen wir einfach mal ne fette Stunde und dann sammeln wir mal alles zusammen ich hab mir ein bisschen was aufgeschrieben dann sammeln wir uns einfach alles zusammen was wir irgendwie für ja für die ganzen Rüstungen brauchen da sammeln wir den ganzen Schrott überall ein und dann holen wir uns einfach ne fette Rüstung man dann schreibe ich mir das auf was wir auf jeden Fall brauchen und dann machen wir uns die Rüstung leicht wir machen uns die Waffen besser ey passt doch ne okay alles klar genügend gebabbelt ich würd sagen wir schlafen mal wieder sechs Stunden dann sind wir ausgeruht und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge ich guck noch kurz nicht dass wir wieder Parasiten oder sowas kriegen und dann würde ich sagen ja sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut und dann würde ich auf jeden Fall da über die Gücken die Gücken die Glocke und dann würde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge ohne die Gücke und dann würde ich auch ich weiß